Als ich die Platte aufgelegt habe, war er so ein bisschen verstört. Und wir haben uns dann Sachen vorgespielt und dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist das Schrägste, was du denn eigentlich geil findest? So, das Verstörendste, was er gut findet. Und da kam er mit Jojo Mayer. Und ich weiß ja, ob ich den kennt, ist ein Schlagzeuger aus der Schweiz. Der ist ja der Rechtshahn. Der aber irgendwie ganz krasse Sachen macht. Und zwar spielt er elektronische Musik nach, aber auf einem richtigen Schlagzeug. Also er versucht, diese ganzen elektronischen Schlagzeugbeats eben auf dem Schlagzeug nachzumachen. Sehr, sehr geil. Jojo Mayer mit A-Y. Das musst du mal auf Spotify was suchen. Hat nerfed zusammen oder so. Und das ist eigentlich elektronische Musik. Also da sind natürlich dann auch Synthesizer dabei und komische Sounds und sowas alles. Aber das Schlagzeug ist halt alles echt und das macht richtig Spaß. Ich hoffe, ich bin ein bisschen zufrieden, würde ich sagen. Danke, ich bin ein bisschen zufrieden.